Erster Link in der Videobeschreibung, unser Discord-Server. Wir freuen uns auf euch. Und damit dann herzlichst Willkommen zu einer weiteren Folge TimoSvp. Ja, ähm, sind wir dabei noch die, äh, das Zeug hier zu zerlegen und wir haben Winterende. Ja, ähm, ja. Achso, ja genau, ich soll ja nicht. Fällt ja gerade auf, ich soll ja nicht in der Nacht spielen. Das darf er ja gar nicht. Da war das. Nein, darf er nicht. Und ich kann nicht mehr Zeit vorspulen. Ich kann nicht mehr schlafen gehen. Ah, ähm, muss ich halt durchmachen. Egal. So, ähm, genau. Wir müssen hier noch Ballen auseinandernehmen. Ja. Los, 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 los. Zieh an, baby, zieh an. Oh, Mann. Quält er sich hier den Berg hoch? Ah, verdammt, das hier ist ja riesig. Ich darf, wenn ich über... Oh, verdammt. Vor allem, mir fällt es ja immer auf, wenn ich unter der Nahrungsstisch fahre, ne? Aber nicht, wenn ich hier über die Wiese fahre. Ui. Egal, es heilt schon wieder dazu, die ganze Grasnarbe, was da nicht mehr vorhanden ist, die... Ja. Ich frage mich eigentlich, warum es Grasnarbe heißt und nicht Grashaut. Ich meine, eine Narbe ist ja nur, wenn man eine Verletzung, äh, heilt und dann quasi man das sieht. Oder halt dann, ne, quasi da, leicht abgeschwächtes Gewebe. Oder halt, äh, Haut ist es dann. Ich müsste doch Narbe sein, ne? Wenn jetzt hier so ein Student dabei ist, der was gerne L.S. spielt, ne? Was ich irgendwie nicht glaube. Ey, der kann mir halt gerne Gegenteil sagen oder sonst ja was. Keine Ahnung. Oh, Mann. Ähm. Die Ballen fliegen schon ein bisschen aromieren, ne? Die, die flattern ein bisschen. TTT im Sommerangebot, äh, TT im Sommerangebot, hä? Was ist denn das? Das muss ich jetzt gucken. Das, ne, 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 ne. Ach, das Zeug, ja. So. War das zur Größe? Nee, der, äh, der Massevölkert ist, genau. Ich wusste gar nicht, dass TTT hier, das da ist. Hm. Goll. Naja, egal. Wenn du wärst, wenn TTT ist, heißt nur TT. Ach ja, ich würde gern TTT mal spielen. Ähm, ich meine, ich hab's theoretisch, aber auch irgendwie nicht, ne? Ja, er hat mal geplant, das zu streamen und zu spielen, aber ich muss mich da nochmal genauer mit auseinandersetzen. Äh, weil so ganz funktioniert das noch nicht, ne? Und die, halt, ich weiß auch schon wieso, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, da was zu machen. Das ist das Problem. Ach, die drei, wenn, sollte da irgendwas verschwinden, dann, oder halt, deleted sein, hat mir das mit, oh, wurscht. So. Perfekt. Dann hätten wir die Ballen hier auch schon mal raus. Ach, wie machen wir das dann aber nächsten Winter, ist halt die Frage. Oder, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt noch im Winter geben wird, aber jetzt, aber jetzt, müssen wir halt mal schauen, weil, ja, wird das halt schon gerne machen. So. Äh, da müssen wir hin. Habe ich gerade kurz gefragt, wo wir überhaupt hinfahren. Auch hier dieses Dachfenster, ich finde das ja schon cool, ne? Boah. Ja gut. Bisschen Kontrolle verloren, ah. Uiuiui. Ich frage mich eigentlich, ob man so ein Dach hier auch komplett aufs Glas machen könnte, ne? Huch. Höh. Ey, Dinge frei, mich, die gibt's gar nicht, ne? Ja, obwohl das hier, ja, machen wir auch noch schnell da ein, dann können wir ja immer rausholen, wenn wir was brauchen. Was ist denn schon dabei? Warte mal, was? Achso, ja. Hula Paloba, das, wo da schon dabei ist und so, ne? Genau. Ach, hört. Komm, pump, leer das Ding. Pump, 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 pump. Nehmeh, nehmeh. Okay, nein. Ei, 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 ei. Mach dir jetzt mal hinne hier. Los, 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 los. Ist auch interessant zu sehen, ne? Wüsste, die Schnecke hier fördert das hier so rum und dann hier so raus. Was hier cool wär, wär, wenn die hier und die hier quasi rückwärts läuft, während das, äh, während des Entleerungsprozesses, ne? Und halt, die hier müsste gar nicht rückwärts laufen, aber die hier müsste rückwärts laufen. Obwohl, eigentlich auch gar nicht, weil die könnte ja so rum und dann alles raus, dann, ne? Hehehe. Naja, dann würden halt beide hier zu dem Teil hinmischen und, ja. Wenn wir gemischt, wär's ja dann schon und, ja, egal. Oh, oh, Gott. Es ist halt echt so ne Kollidee, was ich auch noch mitbewegt hier, ne? Ist halt echt, ich kann hier auf Scheiße laufen, ne? Puh. Ich bin eine andere Form von Gott, ich kann auf Scheiße laufen. Okay, nein. Ähm. Nein, 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 das lassen wir. Gut. Aber dann machen wir hier noch sauber und dann, ha, mal gucken. Oh, verdammt, der Winter. Fängt's jetzt eigentlich noch das Schneien an, oder? Es war ja Schnee angesagt, ne? Und jetzt hat's auch minus 2 Grad, aber irgendwie seh ich ja noch nix von Schnee. Ich würde gerne wenigstens mal so ne Schnee-Räumen-Folge machen, bitte. Dann wieder einmal nur Schnee-Räumen. Hehehe. Aber ihr seht noch ein bisschen was. Ja, Mann. So. Alter liegt hier viel rum ja moin ich sollte mal meine Kühe so eine Benimmschule schicken mit sie mal wissen wie man sie richtig benimmt hier so es gibt ja eigentlich so einen richtig geilen Mod existiert ja schon und den kenne ich auch von landwirt.com aber ich hoffe einfach dass der noch irgendwann mal kommt und nicht als Privatmord abgestempelt wird und einfach so so perfekt jetzt hätten wir das U erledigt Schnee Wetter glaube ich heute nichts mehr oder ich meine nichts mehr wir haben schon wieder zwei Grad es ist fucking Mitternacht und wir haben zwei Grad oder halt nicht mehr nicht ganz Mitternacht aber fast Mitternacht und wir haben zwei Grad ich werde nicht mehr ich werde nicht mehr ich mag den LS nicht Money 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 weil der Boot ist schon gefroren ne der Boot ist ja gefroren und das zwei Grad ein Grad hat es mittlerweile nur noch zwei aber trafst du kannst du jetzt bitte noch schnell schneiden komm komm schon Baby es wird neblig es schneit es schneit es schneit komm ich hoffe ich vergesse nicht dass wir es damit machen es schneit ist das schön es bleibt liegen verdammter Schnee ich hab keine Lust mehr Frühling ok 22 Tiere sind gestorben danke dafür iblali woran oh klar Schweine hat keinen Strom mehr dann müssen wir schon 22 Tiere glauben ne oder wer ist gestorben die Schafe sind verreckt Schafe sind verreckt ja genau die kannst du ja nicht sich nicht richtig aufteilen weil die können sich nur so exakt aufteilen wie es möglich es ist 1 Grad 0 Grad 1 Grad 1 Grad 1 Grad ich werde nie mehr ich werde nie mehr ich ich ne ich kann nie mehr ich kann nie mehr ah ich kann nie mehr oh man wir haben das Frühling anfang Frühlingsanfang es schneit im Frühling fängt es erst statt schneiden und ganze Winter keinen Schnee und im Frühling fängt es an ach danke dafür jetzt haben wir 0 Grad außen Temperatur ich friere wie Sau und der Boden ist einfach wärmer wenn ich mich vergraben würde mir wäre sogar wärmer wie jetzt ah ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ach ach man die letzten drei Minuten könnt ihr jetzt nichts mehr von mir erwarten ich werde jetzt hier rumstehen bisschen rummotzen ne ich hab keine Ahnung was mehr ne letzte Folge von dem ganzen Kack hier wir könnten schon mal planen was kaufen als nächstes Feld 5 ne hab ich auch gedacht gut machen wir das oh man sind alle Blumentöpfe zu schwer hm ich hab gedacht einen kann ich mal hochheben vor allem das Ding hier ist irgendwie immer noch am Arsch vor allem wer hat da gelbe Farben rein ne es sieht hier aus wie in Horizon alter wie in Horizon sieht hier aus ich hab zwar leider keine Horizon gespielt wird es aber gerne mal spielen aber es sieht hier aus wie in Horizon man 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 auch hier diese dieser Eistappen drin wisst du äh ta ja gut es hat jetzt minus 1 es hat minus 1 Grad Außentemperatur der Boden ist 2 Grad wärmer wie die Außentemperatur ich werde nicht mehr ne ich kann nicht mehr ich kann echt nicht mehr ne oh man oh man ich kann auch nicht mehr schlafen ne könnt ihr mal ein Süßenmini gucken wie sieht es aus ja da Pappeln könnt ihr ja anpflanzen geil ne es ist schon die Taschenlampe an hier ne so seht ihr ja gar nichts mehr ne oh sieht voll gruselig so aus ne dirim 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 ne jetzt ist es zu hell irgendwie so sieht das voll gruselig aus wenn man hier so in den Keller gehen würde jetzt bräuchte man aus den Knarzen der Tür die was aufgeht und dann wärs perfekt ne aber jut jetzt zieht die Sonne wieder auf kein Schnee ist liegen geblieben nehmann ansatz weiß ich und ich hab Schnee an Leute ja das könnt ihr mir jetzt hier nicht anrechne ich hab Schnee an Schneesporne hab ich sogar auch an und Ähnlichkeit bei Feuchte hab ich an warum auch immer Egal Sieht's noch aus verzachter Boden nehm 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 wie ähh nehm 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 Bitte Bringt mich in die Psychiatrie, Alter Ich kann nicht mehr Ich kann einfach nicht mehr, Alter Alter Ich denke, nur viel klappt Ja, ist So, ist zugeklappt Da könnte man eh nicht arbeiten So, gut Und das Ding braucht immer noch saulange Aha Es ist nur eine fucking Schneeschicht Und du, du, du Das treibt sich jetzt schon auf, Alter Ich glaube, ich kann nur maximal 10 km Jetzt mit dem Teil hier fahren, oder? Selbst da ist es grenzwertig Ja, moin 11 km, 12 km, 30 km, 14 km Ah, jetzt langsam Ah, nee, die Schneefälle kommen schon noch hinterher Bloß ich fahrschräg Gut Na ja Es sind ja keine Schneespuren möglich Da ja nur eine, eins Ja doch Es sind zwei Schneespuren Gut Ja Ah, Mann Ja, hier müsste man jetzt Beide Räder halt Vor der Räder und hinter Räder umdrehen Also ja, das ist ja jetzt Schwarze Textur hier Hm Egal Jetzt machen wir erst mal einen Haupthof Haupthof Sauber Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll Mit dem Schneeräumen, ne? Oder mit den Schneefräsen Schau mal hier vor den Dreschern, ne? Die brauchen wir ja Bald wieder Vor allem Ich bin ja echt klug, ne? Ich hab ja den hier im Vorderanbau Ran Das heißt, ich kann noch leichter Mit dem Dreschirmier rückwärts fahren, ne? Hier, ich kann jetzt Aber Ich bin ja Landwirt Das heißt, ich kann Dreschirmier rückwärts fahren Ah, lol Ich glaube, ich kann jetzt sogar 16 kmh easy fahren, oder? Ja Ja, das geht Aber fräsen wir erst mal nochmal hier durch Ne Wattest Wisst ihr wat? So Hau ja ab mit der Scheiße, Alter Ne, warte mal Ich muss es so machen Da muss ich es abkoppeln Und jetzt wieder ankoppeln Jetzt passt es Genau Genau Hier überall abladen Dann muss ich noch einmachen Soll ich mal zu netto gehen, Alter Oh man Hey guys, folge es vorbei Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.